Hallöchen, Hallöchen zu einer neuen Aufnahme. So, ja, bereit. Schließe Woche zwei Aufgaben ab, Auftrag verfolgen. So, tanke Fahrzeug auf. Okay, krieg mein. Okay, ich müsste die Emo tatsächlich bei nem gemotten Spieler anwenden. Damit das funktioniert. Hast du mal versucht, das einfach, wenn wir nebeneinander stehen, das zu machen? Ähm, ich hab's jetzt schon in der ganze Zeit in der Lobby gemacht. Lobby geht nicht, das weiß ich. Im Spiel halt, dass man zu nebeneinander mal macht. Äh, pfff, keine Ahnung. Zu Haus. Äh, 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 da wär ne Tanke. Okay. Warum gehst du wieder auf das Luftschiff? Du musst doch reparieren. Warum soll ich das machen? Ich mach doch meine Aufgabe auch alleine. Weil du es tanken musst im selben Zug und ich hab noch die Aufgabe der Tankisten dürfen. Ja, aber tanken ist nicht reparieren. Das sind wieder zwei unterschiedliche Items, wenn ich's per Benzinkanister mache. Ja, aber du behältst das Items noch nicht. Du tankst, schmeißt das Items weg und kannst das nächste Items weg. Nee, Benzintank mitnehmen, wenn noch was drin ist. Äh, auf Gegner werfen, abschießen, bumm. Kaputt. Du musst du treffen. Das mach ich schon. Ich glaub tatsächlich bei mir ist einer. Ja, wenn ich richtig gehört hab. Hallo? Fisch? Holy shit. Okay, ich musste da raus. Wir haben auf jeden Fall einen Benzinkanister. Das ist ein Auto? Ja, das bist du. Ich muss das Radio mal ausmachen hier. Ich hab da noch einen South-Bag. Ich bin voll. Naja, ne. Achso. Nimm mit? Nee. Brauchen unbedingt irgendwas an Leben. Du Wichsfrosch! Da kommt ein Panzer! Ich werd mich übrigens über Medi sehr beglücken. Ähm, hier unten bei mir sind Spieler! Links Spieler, rechts Panzer! Ich weiß nicht, jetzt komm ich nur in den Keller. Wie komm ich denn hoch zu dir? Weiß ich grad nicht. Überleg mal bitte. So, Fressalienkiste ist abgeschlossene. Oh! Ach Scheiße, ich hab ja... Oh doch, Arketenwerfer. Keine Idee. Na der Panzer schießt nicht mehr. Pass auf, da unten war ein Gegner. Wo bist du denn? Ein Keller, wie gesagt. Ich komm hier grad noch nicht so... Raus. Hi. Willst du noch Arketenwerfer? Nee, nee. Ich such immer noch ein fucking Outroar. Ich hab die Aufgabe noch nicht abgeschlossene. Jetzt suchen wir noch eine LP. Das geht immer so gut an. Und ich darf laufen. Schönen Taggang. Wir sind noch in der Zone, das ist gut. Oh, das nehm ich mit. Eine MP wäre hier. Na komm, scheiß drauf. Ach, nimmst du Gott die Kiste? Ja, ok. Nee, 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 ich bin ganz hoch. Ach so. Also mit Fressalienkisten ist abgeschlossene. Die Aufgabe. Ja. Da, hier ist so ein Brenner zum Reparieren. Da ist das, was ich hier. Jetzt brauch ich nur noch ein Auto. Kaputt machen. Müssen wir ihn finden. Aber ich muss ja nur ernst betanken. Mal ganz kurz tauschen. Raketenwerfer da. Also ich hab jetzt Lila automatisch Pump. Lila Raketenwerfer. Grüne MK7. Ja. Oh, tanke. Grüne MP. Ich hab grüne MP, blaue normale Pump. Der Spieler war hier drüben. Der Spieler war hier drüben. Hast du ihn geschossen? Nee, nee. Da sind zwei Spieler. Bei der Tank rennt ein Team rum. Die schießen auf uns. Ok. Und der andere Spieler war alleine. Der Eno umrennt uns. Von links. Nee, der hat uns nicht gesehen. Also jetzt hat er uns gesehen. Aber der wird verfolgt von einem anderen Typ. Ach so. Das ist mindestens zwei Teams. Wo bist du? Na, der drüben. Immer noch da drüben, wo ich vorher war. Ah. Nee, der ist noch nicht down gegangen. Der hat kein Schild mehr da drüben. Der ist hier auf dem Dach. Der hat wieder Schild. Let's down. Ah. Ah. Tatsächlich nimmt, glaube ich, doch wieder die Klau. Hier steht aktuell genau, oder? Achtung, da kommt einer. Ja, ich seh's. Nice! Äh. Jetzt? Ranger? Was? Ja, werf! Wir sind immer noch in der Zone. Geil. Achtung, da kommt einer. Wo die Kiste leuchtet. Der hoppt dort. Beim Wisch-gebub-gebisch. Der hat kein Schild. Ist down. Nice! Alter, der hat ja nur graue Waffen gehabt. Aber Raketen-Money. Warte mal kurz, hier ist ein Auto. So. Wie voll ist der Tank? Lass mich, glaube ich, erstmal parieren. Ja, mach ich. Ich tappe tanke bloß nebenbei. Treibstoff 20 von 50? Perfekt. Alter, hier stehen so viele Autos rum. Wir sind doch bestimmt noch welche zum Betanken. Ja, der hier. Ja. Danke. Herr Charlie kann etwas unlogisch sein, aber er hat den... Verbrauchst du Tankstoff mit einem Auto? Wow. Ach, du musst gar nicht tanken. Doch. Achso. Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Ich traue grad hier mal so auf den Dächern oben, ob hier, wer kommt. Oh, blaue MP nehme ich mit. So, 2 von 500. So ein Kuhfänger wäre noch geil. Das ist so ein fettes Schild fürs Auto vorne. Äh, ja, ich weiß. 4 von 500. Oh, ich habe sogar so ein Schild gefunden. Geil. Jo, es ist von 100. Er sagt, die Prophezeiung wird... Und irgendwas überbrücken soll ich. Jetzt mit dem Fahrzeug. Ha! Alter, ich mache hier grad XP ohne Ende. Ähm, Aiki ist ein goldener Fisch. Ähm... So, Sammy, kann ich den nehmen auch? Du kannst den nehmen, klar. Ähm, was war jetzt die Aufgabe? Was soll ich machen? Glaube auch, habe ich schon. Ach, geil. Aha, scheiße. Der habe ich ja verbraucht jetzt. Überquere die brachiale Brücke in einem Fahrzeug. Alter, die ist dort. Da komme ich... Das würden wir dann im nächsten machen. Ja. Warum kann man diese Sicht nicht dauerhaft haben? Die ist so geil. Welche? Äh, diese Infrarot-Sicht. Wo man die Spieler halt auch... Ich weiß nicht, ob die irgendwann vielleicht mal Infrarot-Sachen hier einbauen wollen. Haben sie ja schon. Dieses... Sturmgewehr. Hat er dieses Infrarot? Ja, ne. So... Nachtsichtgeräte. Achso. Das wäre natürlich auch geil, wenn die das mal machen würden. Okay, wir sind direkt am Rand. Hier in dem Haus ist einer zum Quatschen. Mal gucken, ob ich bei dem schon mal war. Ja, da müsste ich auch. Ich hab den definitiv noch nicht. Alter, lila Raketen-Lerver kann man bei dem holen ernsthaft. Wo ist der Quatsch? Da oben. Aber ich war bei dem tatsächlich schon mal. Schade. Und ein Schild-Sprinkler. Ja, ich hab drei Biggies und vier Pilze. Ich hab... Fährst du? Nein. Okay. Willst du, dass uns jeder hört? Jo. Nee. Ich war das nicht, das ist mir vor's Auto gerannt. Ich hab' auch nicht. Das geht ja wirklich. Okay, Apia, wir haben mal Lufen, würde ich mal sagen. Sicher ist sicher. Hast du irgendeine Arcade-Waffe jetzt? Ja, Lila mit 13 Schuss. Kann ich nicht aufnehmen. 13 ist das Maximum. In der Stadt, ja in der Stadt wird geschossen. Ne, da oben auf den Hang. Jo, dann lass doch mal schießen. Jo, ich mach nichts. Hinter uns, hinter uns. Wie viel? 2 Stück mindestens. Spieler. Scheiße, lade nach. Der eine hat kein Schild mehr. Einer? Ja, genau. Hinterm Haus ist einer. Kriegst du den? Ja, genau. Hinterm Haus ist einer. Ich musste leider. Ich hab den anderen erst mal down gemacht gerade. Da! Der ist da hinter dem Tannenbogen. Fuck, der hat kein Schild mehr, der hat kein Schild mehr. Da mischt dich noch ein Team ein. Ach, hinter mir! Hab ihn! Jo, nice. Wollt du den Biggie? Ach so. Warte mal kurz. Nix machen, ich ess Pilze. Hier kommt ein Loot-Drop runter. Ja. Ich würd aber gern... Oh, da, der Panzer. Der Ene, der hier jetzt einzeln noch rumrennt. Der hatte halt kein Schild und nix mehr. Der war schon so schön down. Hier hinter unserem, äh, auf dem großen Berg ist das auch noch ordentlich geballert. Der Panzer da hinten ist explodiert. Ich werd halt noch ein paar Pilze fressen hier. Alter, er hat nur noch neun Pilze. Ne, sieben, dann bin ich fertig. Da hinten sind Gegner, die Fighten. Wo bist du denn? Hier, bei dir. Hinter dir. Ach da. Na dann lass mal zum Loot-Drop. Komm, platz die Zone. Und ich hab nichts mehr ans Schild, ich hab nur noch Heil-Zeug. Ich hab noch drei Biggies. Ah, wenn das Ding jetzt am Hang ist, haben wir ein Problem. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Es steht ganz unten. Wow, ne, ein Gegner. Ah, komm, ich werd beschossen. Ja, ich auch. Scheiße, der Schild ist weg bei mir. Der hat kein Schild mehr. Das sind zwei. Hinterm Stein da ist auch noch einer. Den down. Komm runter da vom Hügel. Komm, der kommt, der pusht. Ja lass, ich hab's schon mitgekriegt. Ich hatte halt kaum noch Leben. Naja. Fünf Aufgaben. Nice. Nice, nice, nice. Wollen wir mal kurz lunsen hier. Okay, ich hab zehn Sterne. Und zwei Karten bekommen. Das ist schön. Die Sterne geht man natürlich gleich noch aus. Erstmal fürs Wichtigste. Ich hab 15 Sterne. LOL. Okay, die Wibugs sind auch gesperrt. Dann holen wir uns jetzt mal hier oben den Skin. Wo ist der? Da. Seite vier komplett freigespielt. Söchen. Dann hab ich noch einen Stern. Hihi. Und vier Korten. Was gönnen wir uns denn? Nix erstmal. Guuuut. Söchen. 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 Söchen.